Essence. Ja, gute Frage. Ich glaube, das war zehn oder so. Ja, ich glaube zehn. Das ist der von Fit Me. Aber ehrlich gesagt, es ist mir ein bisschen zu dunkel. Aber ich dachte, okay, wir haben eh bald Sommer. Ist egal. Aber ich mag es auch nicht, wenn es zu hell ist bei mir. Also, dass man sieht, dass ich Concealer. Ja, ich mag es eher mehr. Ich habe es bei mir. Danke schön. Hey. Meine Wimperzang ist von Catrice. Ich liebe die. Das ist mein Lieblingschimpanzang. Also, ich gebe Nachhilfe und danach gehe ich in den Garten. Hallo. Ich komme aus. Also, ich bin von den Serben-Türken. Nein, ich kann nicht Serbisch. Also, nicht wirklich. Ich kann ein bisschen verstehen. Leider. Ich habe einen Freund. Nein, ich kann kein Terbisch. Ja, das stimmt. Ich gebe für Deutsch und Mathe uns also diese Grundfächer Nachhilfe. bei so einem kleinen Mädchen. Also, sie ist dritte Klasse. Ich kann ein bisschen Tranche. Nein, ich habe einen Freund. Nein, ich habe einen Freund. Nein, mein Freund ist nicht Türk. Ich gehe zur Nachhilfe. Oh. Bald sind wir neun Monate. Ich gehe zur Nachhäufer. Von Katschree ist die blaue. Die ist sehr gut, ich liebe die. Ja, ich gebe Nachhilfe. Von Katschree ist die blaue. Dankeschön. Dankeschön. Ähm, ich benutze die von Catrice. Die. Ich bin jetzt eigentlich fast fertig, machen wir noch Blush. Dann werde ich fertig. Und Highlighter, glaube ich. Ähm, ich locke die mit nem, mit nem, ähm, wer hieß das? Lokeisen? Lokeisen. Du weißt, was ich meine. Hab die Hälfte kurz vergessen. Nein, ich hab die nicht im Schlaf geschwenkt. Ich habe die Hälfte, nicht mehr. Ja. Und ich bin ganz nehm.